Wie wichtig die Bäume für die Natur sind, lernten die Schwächerter Volksschülerinnen und Volksschüler beim Ausflug auf den Kellerberg. Dort konnten sie selbst verschiedene Bäume pflanzen. Und das machte den Kleinen großen Spaß. Seit 1982 betreut Oberförster Hannes Bammer den Schwächerter Stadtwald. Eine Arbeit, die den mit Leib und Seele, mit seinem Beruf als Förster verbundenen Naturmenschen besonders ausfüllt. Denn hier kann er seine Vorstellungen vom Naturwald, sozusagen vom Nationalpark im Kleinen, seit fast drei Jahrzehnten gezielt umsetzen. Neue Bäume hier im Stadtwald von Schwächert. Wie viele Bäume stehen denn da insgesamt? Wir haben in einem Zeitraum von 2005 bis jetzt circa acht Hektar, also da sind 80.000 Quadratmeter, aufgeforstet. Also Wald, teilweise Ersatzaufforstungen für Rodungen, die ja ab dem Zeitpunkt, wo man die Pflanzen raussetzt, Wald sind. Und wir haben in etwa so 30.000 Bäume gesetzt auf dieser Fläche. Umwelt ist ein wichtiges Thema, speziell für Sie. Es gibt hier wieder einiges zu tun im Stadtwald hier in Schwächert. Was erwartet die Kinder? Wie viele Bäume werden denn heute gepflanzt? Hier im Neuerholungsgebiet haben wir jetzt Klassen vom Sonderpädagogischen Zentrum, aber auch von der Volksschule. Die pflanzen in Summe 27 neue Bäume hier im Stadtwald, im Neuerholungsgebiet Stadtwald Kellerberg. Der wächst der Wald. Wird es von der Bevölkerung auch benützt? Kommen viele Gäste hierher, viele Schwächerte und Schwächerteinnen? Da kann ich Erfahrungsberichte erster Hand bringen. Ich gehe ja eigentlich regelmäßig mit dem Hund herumspazieren. Es wird sehr aktiv genutzt. Er wächst wirklich in der Tat sehr schnell und sehr üppig. Wird angenommen und ist einfach, wie gesagt, das Naherholungsgebiet Nummer eins. Die Kinder dürfen heute selber Bäume setzen. Welche Sorte wird denn hier jetzt eingepflanzt? Ja, wir haben also Laubholz. Und von Laubholz haben wir also das Wichtigste, was hier vorkommt, die Eiche und die Linde. Und wir vorerstleuten sagen dazu, Nebenholzarten wie Vogelkirsche, Eberesche und Streicher haben wir noch den wohligen Schneebau. Und die Dirndl. Die Dirndl ist unter Gelber Hortriegel bekannt und die Deutschen sagen dazu Kornelkirsche. Ja, wo kommt es drauf an, dass er richtig drin steht und dass er schön festgetreten wird, dass man nicht den Wind dann umschmeißt. Und dann werden wir reingießen und dann hoffentlich wächst er. Willst du einmal ab und zu vorbeikommen und schauen, ob der Baum gewachsen ist? Ja. Und was sagst du jetzt dazu? Jetzt hast du einen Baum gepflanzt. War das dein erster Baum? Ja, das ist cool. Ich habe auch mal da hinten einen Baum gepflanzt. Er hat sich viel schöner. Lila. Kann man auch hier Tiere finden? Also jetzt Wildtiere? Definitiv. Wir haben auch den Förster da, der die Kinder auch gerade darüber aufklärt. Gibt es von Kleintier bis Großtier alles. Gibt es sogar Rehe, die hier angesiedelt wurden und sich auch im kleineren Rahmen hier bewegen können. Man hat das Gefühl, das wird hier immer dichter und dichter. Gibt es überhaupt noch genug Platz in Zukunft für die nächsten Klassen in den nächsten Jahren, neue Bäume zu pflanzen? Ja, es wird kein Problem sein, wenn man Grundstücke ankauft oder Grundstücke zur Verfügung steht. Wir hätten da genug. Und im Projekt ist auch vorgesehen, den Kellerberg so ungefähr auf 23 Hektar Waldfläche zu begründen. Das ist die Frage der Finanzen. Wenn Fläche vorhanden, dann kann man jedes Jahr die Aktion mit den Kindern machen, was sehr wichtig ist. Dass ein Kind einmal einen Baum pflanzt. Vielleicht ist das einmalig oder vielleicht ist es dann später, dass man selber einmal Bäume pflanzen kann, wenn man ein Grundstück hat. Aber es ist im Prinzip eigentlich einmalig, dass man einen Baum pflanzt.